Das Land steht verhältnismäßig gut da in der Euro-Krise, eine niedrige Arbeitslosenquote und eine stabile Wirtschaft. Doch im Jahresgutachten fordern die Experten mehr Ehrgeiz bei der Arbeit. Die Energiewende muss effektiv und effizient gestaltet und Reformen im Gesundheitsrisen sowie im Steuersystem müssen vorangebracht werden. Bereits umgesetzte oder eingeleitete Reformen, insbesondere am Arbeitsmarkt und in der Alterssicherung, dürfen nicht zurückgenommen werden.